Nachdem wir uns im ersten Teil mit den gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Reduktion der Treibhausgasemissionen des Straßenverkehrs beschäftigt haben, möchte ich nun näher auf die Antriebstechnologien eingehen. Grundsätzlich können die Antriebstechnologien in drei Gruppen eingeteilt werden. Verbrennungsmotoren, elektrische und hybride Antriebe. Verbrennungsmotoren sind die zurzeit mit Abstand am weitesten verbreitete Technologie. Sie sind haltbar, relativ kostengünstig und ermöglichen große Reichweiten bei kurzen Stehzeiten für das Auftank. Auf der anderen Seite haben Antriebe mit Verbrennungsmotoren einen recht schlechten Wirkungsgrad. Im Realbetrieb etwa 25 bis 35 Prozent für Automotoren und etwa 35 bis maximal 45 Prozent für Dieselmotoren. Außerdem werden CO2 und gesundheitsschädliche Abgasemissionen produziert. Bei Betrieb mit fossilen Kraftstoffen tragen Verbrennungsmotoren wesentlich zum Anstieg der CO2-Emissionen in der Atmosphäre bei. Elektrische Antriebe erreichen mit etwa 60 bis 80 Prozent eindeutig höhere Wirkungsgrade, was den Gesamtenergieverbrauch deutlich senken kann. Des weiteren sind elektrisch angetriebene Fahrzeuge leise, komfortabel und sie haben keine direkten Abgasemissionen. Die Herausforderungen bei elektrischen Antrieben liegen in den hohen Produktionskosten, speziell der Batteriesysteme und den im Vergleich kürzeren Reichweiten. Ein wesentlicher Punkt hinsichtlich der Nachhaltigkeit ist die direkte Abhängigkeit der CO2-Bilanzen von der Technologie zur Stromerzeugung. Hybride Antriebe stellen eine Kombination aus Verbrennungsmotor und elektrischen Antrieb dar. Es gibt eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten vom Mild-Hybrid über den Vollhybrid bis zum Plug-in-Hybriden Antrieb. Je nach technologischer Ausführung können die Gesamtwirkungsgrade im Vergleich zum reinen Verbrennungsmotorantrieb deutlich gesteigert werden. Des Weiteren ist die Reichweitenlimitierung elektrischer Antriebe durch das Mitführen eines Kraftstofftanks entschärft. Hybride Antriebe werden von vielen als Übergangstechnologie hin zu reinen elektrischen Antrieben gesehen. Es ist allerdings mit erhöhtem Ressourcenaufwand und somit höheren Kosten aufgrund der Integration zweier Antriebstechnologien zu rechnen. In der Praxis zeigt sich, dass der reale Verbrauch bei hybriden Antrieben stark vom tatsächlichen Nutzerverhalten abhängt. Vergleicht man das Antriebssystem eines BKW mit Verbrennungsmotor und eines elektrischen Autos, fällt auf, dass das Elektrofahrzeug mechanisch deutlich einfacher aufgebaut ist. Beim konventionell angetriebenen Fahrzeug haben wir den Verbrennungsmotor mit einer langen Liste an komplexen mechanischen Bauteilen, wie den Kurbeltrieb, Ventiltrieb, Schmierung, Zylinder, Zylinderkopf und Gehäuse. Des Weiteren haben wir ein schaltbares Getriebe, das Tanksystem und das Abgassystem. Beim Elektrofahrzeug haben wir das Batteriesystem als Energiespeicher, die Leistungselektronik, den Elektromotor und ein einfaches, oft nicht schaltbares Untersetzungsgetriebe. Das Elektrofahrzeug hat zwar weniger Komponenten im Antriebsstrang, allerdings ist speziell das Batteriesystem sehr aufwendig in der Herstellung, sowohl was die Rohstoffe als auch was die Herstellungsprozesse betrifft. In einer groben Abschätzung kann man festhalten, dass das Batteriesystem alleine etwa 30 bis 50 Prozent der Kosten des gesamten BKWs ausmacht, in Abhängigkeit des Fahrzeugstyps der Ausstattung und natürlich der Speicherkapazität der Batterie. Diese Folie zeigt einen Vergleich der Herstellungskosten eines durchschnittlichen Kompakt-SUVs in Europa. Die Kosten sind den wichtigsten Modulen im Fahrzeug zugeordnet. Man sieht, dass beim konventionellen Fahrzeug ICEV, Internal Combustion Engine Vehicle, Motor und Getriebe etwa ein Drittel der Kosten ausmachen. Beim BEV, Battery Electric Vehicle, hat das Batteriesystem etwa 40 Prozent Anteil und der elektrische Antriebsstrang inklusive Getriebe etwa 10 Prozent, in Summe also etwa die Hälfte der Kosten. Die Aufwände für das Grundfahrzeug sind in etwa gleich, was die Herstellung des Elektroautos insgesamt etwa 30 Prozent teurer im Vergleich zum konventionell angetriebenen Pkw macht. Die Senkung der Kosten für Batteriesysteme ist ein wichtiges Ziel der Entwicklung. Neben der Verwendung kostengünstiger Materialien und der Optimierung der Herstellungsprozesse spielen Skaleneffekte eine große Rolle. Links sieht man einen Ausblick der Herstellungskosten für das Jahr 2030. Während sich die Aufwände für Verbrennungsmotoren aufgrund der strenger werdenden Abgasgesetzgebung erhöhen, wird von einer Reduktion der Batterieherstellungskosten auf etwa die Hälfte ausgegangen. In Summe reduziert sich der erwartete Kostenunterschied auf etwa 10 Prozent. Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass bei verbrennungsmotorischen Antrieben in den nächsten zehn Jahren ein reduziertes Wachstum zu erwarten ist. Ab 2035 werden in Europa nach heutigem Stand der politischen Vorgaben keine neuen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr verkauft. In den kommenden Jahren werden Fahrzeuge mit sparsameren, kleineren Motoren auf den Markt kommen, mehrheitlich in Kombination mit elektrischen Einheiten in Hybridfahrzeugen. Dieselmotoren werden zu Nischenprodukten in schweren PKW und Nutzfahrzeugen. Der Anteil an rein elektrischen Fahrzeugen wird in den nächsten Jahren stetig zunehmen, was eine Herausforderung für die Ladeinfrastruktur darstellen wird. Die Fahrzeugindustrie wird transformieren und neue Zulieferer und Wertschöpfungsketten werden aufgebaut. Dies stellt eine große Herausforderung für alle involvierten Unternehmen, Zulieferer und Dienstleister dar. Die folgenden Fragestellungen sollen Sie dabei unterstützen, die betriebliche Mobilität in Ihrem Unternehmen zu analysieren und Ideen für eine Reduktion der Treibhausgasemissionen zu entwickeln. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Mal, bis zum nächsten Mal. Ich bin ich mit dem Filmahrzeug. Vielen Dank.